Ja, schön euch zu sehen. Manche habe ich selten gesehen oder lange nicht gesehen in der letzten Zeit. Schön euch zu sehen. Ja, viele von euch durfte ich schon ein bisschen kennenlernen und ihr mich. Es sind ganz viele verschiedene Gründe, warum wir jetzt hier sind, warum wir heute Morgen hier sind. Und vielleicht ist es bei manchen so, wie sich Jesus das auch wünscht. Und Jesus sagt, ihr könnt gehen. Ihr seid frei. Ihr müsst nicht bei mir bleiben. Keiner ist gezwungen. Alle sind frei. Ihr könnt gehen. Und was haben die Jünger gesagt? Die zwölf. Petrus hat es gesagt. Er hat gesagt, Herr, wo sollen wir sonst hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist die Liebe unseres Lebens. Wir finden nichts. Wir haben nichts, wo wir sonst hingehen können. Möge das so sein. Für alle von uns. Denn darum geht es. Jesus ist hier in unserer Mitte und möchte, wenn wir hier sein Wort lesen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann möchte Gott zu uns sprechen. Und dann möchte Jesus zu uns sprechen. Worte des Lebens, die uns reinigen, die uns Orientierung geben, die uns ausrichten, die uns korrigieren, die uns einfach das vermitteln, was Gott auf dem Herzen hat für uns. Und in den Sprüchen geht es viel um Weisheit. Auch heute werden wir das öfter hören. Und Jesus hat gesagt, die Menschen sind damals zu Salomo gepilgert, um seine Weisheit zu hören. Wir sind heute Morgen hier und lesen die Weisheit Salomos. Und Jesus hat gesagt, hier steht mehr als Salomo. Obwohl nach dem Wort Gottes Salomo der weiseste Mensch war, der auf Erden gelebt hat. Keiner war so weise wie er vor ihm und keiner nach ihm. Und doch ist Jesus weiser, weil er nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern weil er Gottes Sohn ist, weil Gott in ihm gegenwärtig war, weil er Gott selbst ist, in Menschengestalt. Und deswegen, wenn wir jetzt das Wort lesen von Salomo, dann werden wir es auch immer wieder ergänzen durch das, was Jesus gesagt hat oder interpretieren oder verstehen, tiefer verstehen, wenn wir die Worte Jesu dazu lesen oder die Worte des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Wir sind jetzt hier in Kapitel 24 im Vers 1. Sei nicht neidisch auf böse Menschen und nicht begierig bei ihnen zu sein, denn ihr Herz plant Gewalttat und Unheilreden ihre Lippen. Menschen können böse sein. Menschen können böse Pläne schmieden. Menschen können gewalttätig sein. Menschen können böse Dinge reden. Das ist nicht etwas, was wir nur aus dem Fernsehen wissen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, oder? Sei es, dass wir, und das ist meistens das, was uns zuerst einfällt, dass wir uns daran erinnern, wie Menschen uns Böses getan haben. Aber wenn wir nüchtern sind, wissen wir, das Böse ist nicht so weit weg. Nein, wir selber sind doch böse. Auch wir haben Gewalt angetan oder haben Böses geredet, haben Pläne geschmiedet, die nicht gut waren, haben uns bereichert auf Kosten anderer. Die bösen Menschen, wer ist das? Die Bibel ist ganz klar, das sind wir alle. Und es gibt nur den einen, an den das Wort hier gerichtet sein kann, der nicht zu den bösen Menschen gehört. Das ist Jesus selbst. Was hat Jesus aber gemacht? Er ist zu den bösen Menschen gegangen. Ja, er war in einer gewissen Weise begierig, bei ihnen zu sein. Aber es geht in diesem Vers um etwas anderes. Jesus ist gekommen als der reine, sündlose Sohn Gottes. Und wie er sagte, ich muss bei den Sündern und Zöllnern sein. Die Pharisäer haben gesagt, wie kannst du nur dich hinsetzen mit den bösen Menschen? Salomo sagt auch, 24 Vers 1, das sollen wir nicht tun. Jesus hat gesagt, ich muss aber dort sitzen. Denn die Gesunden brauchen keinen Arzt. Die Kranken aber, die brauchen einen Arzt. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Buße zu rufen, nicht die Gerechten. Das war der Grund, warum er Gemeinschaft mit den Sündern gesucht hat und sich mit den bösen Menschen zusammengesetzt hat. Weil er sie retten wollte. Weil er sie herausreißen wollte aus ihrer Boshaftigkeit. Aus ihrer Sünde, aus ihrer Egozentriertheit. Aus ihrer Gottlosigkeit. Aus ihrer Lieblosigkeit. Er wollte sie herausreißen. Herausretten. Deswegen ist er gekommen. Deswegen hat er sich auch mit den Sündern, mit den bösen Menschen zusammengesetzt. Nicht, weil er neidisch auf sie war. Er hätte einen Grund gehabt, neidisch zu sein. Er sagt selber, ich habe, Jesus sagt an einer Stelle, ich weiß gar nicht mal genau, wo ich heute Abend irgendwie schlafen werde. Kann sein, dass ich auf der Straße übernachten muss. Es gab Zeiten, wo die Jünger umhergewandert sind und da hatten sie nichts zu essen. Das Einzige, was ihnen übrig blieb, war, in einem Feld irgendwie Körner abzurupfen, um sie zu essen. Und das sogar dann am Sabbat zu tun, wo man das eigentlich nicht machen darf, weil es Erntearbeit ist. Aber sie waren so hungrig, dass sie nicht anders konnten. Jesus hat nicht viel Besitz gehabt. Als er nach Jerusalem kam und die Soldaten seine Kleider verteilt haben, er hatte das, was er auf dem Leib trug. Er hat kein dickes Bandkonto gehabt oder irgendwie eine Villa in Italien oder so. Eine Yacht in Caesarea oder so. Nein, hat er alles nicht gehabt. Hätte er da nicht neidisch sein können auf die, die sich so bereichert haben? Die Stadthalter, das waren solche Typen. Die wurden entsendet von Rom und haben dann für eine gewisse Zeit die Stadthalterschaft inne gehabt. Und was die Stadthalter gemacht haben, die haben immer gesehen, dass sie möglichst viel aus dieser Stadthalterschaft für sich selbst rausziehen können. Die haben möglichst viel herausgepresst, was nur ging finanziell. Weil dann konnten sie nach einer gewissen Zeit sich zur Ruhe setzen, konnten sie ihre Villa in Italien irgendwo auf dem Lande sich nehmen und sich dann zur Ruhe setzen. Aber Gottes Wort sagt, sei nicht neidisch auf böse Menschen, die vielleicht viel Geld ansammeln, die es zu großen Reichtümern bringen. Sei nicht begierig bei ihnen zu sein, heißt hier, sei nicht darauf aus, ihre Gemeinschaft zu teilen. Irgendwie Anteil an ihrem bösen Tun zu haben. Guck mal, Jesus hat so einem Menschen begegnet, ist so einem Menschen begegnet, Zacchaeus hieß er, ein Oberzöllner. Einer, der sich auch bereichert hat, der reich geworden war, sehr reich war. Wisst ihr, und Jesus hat seine Gemeinschaft gesucht, aber nicht, weil er endlich mal wieder ordentlich essen wollte. Weil er irgendwie das reiche Leben vermisst hat. Nein, weil er Zacchaeus retten wollte. Und wie hat er ihn gerettet? Durch die Begegnung mit ihm ist Zacchaeus frei geworden von diesem Leben, wo es nur um das Raffen geht. Mehr, mehr, mehr für mich. Nein, er wurde frei davon und konnte sagen, Herr, ich gebe allen das zu. Wenn ich irgendjemanden betrogen habe, dann will ich es ihm zurückgeben und sogar Erstattungsleistungen geben, Schadenersatz leisten, wie das Gesetz es vorschreibt. Und dann will ich die Hälfte meines ganzen Besitzes den Armen geben, was dann noch übrig bleibt. Er war frei geworden zu geben und nicht immer nehmen zu müssen. Das hat Jesus begegnet und mit ihm bewirkt. Aber Jesus war nicht darauf aus, sich mit Zacchaeus hinzusetzen und Anteil an seinem Reichtum zu gewinnen. Das war nicht sein Ziel. Deswegen sagt, was Salomon hier sagt ist, mach es dir nicht zum Ziel, Gemeinschaft mit bösen Menschen zu haben, denen es nur um ihren eigenen Vorteil, um ihren eigenen Reichtum geht. Denn ihr Herz plant Gewalttat und Unheilreden ihre Lippen. Du wirst mit hineingezogen. Du spielst ihr Spiel mit. Wenn du dich auf diese Ebene einlässt, wirst du mittendrin sein in der Gewalttat, wirst mittendrin sein in dem bösen Gerede. Halt dich davon fern. Halt dein Herz davon fern. Wenn du in die Gemeinschaft mit bösen Menschen hineingehst, dann trage den Schatz mit dir, den du empfangen hast, nämlich Jesus. Dann geh mit Jesus da rein. Und dann bringe den Menschen das, was sie wirklich brauchen, nämlich Rettung und Heil. Ansonsten halte ich lieber davon fern. Vers 3 Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Ja, wenn wir durch das Buch der Sprüche gehen, merken wir, hier geht es nicht einfach nur oberflächlich um den Reichtum. Es ist oftmals in solche Verse aus dem Zusammenhang gerissen worden und es wurde dann etwas geschmiedet, was man heute das Wohlstandsevangelium nennt. Ja, du musst, wenn du ein gottesfürchtiger, ein gläubiger Mensch bist, wenn du Gott nachfolgst, dann wirst du reich werden. Dann wirst du, dann wird deine Kammern werden sich mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern füllen. Aber schon im Buch der Sprüche wird eigentlich deutlich, dass das so nicht gemeint ist. Ja, klar, wenn wir gottesfürchtig leben und nach seinen Ordnungen wandeln, ja, dann sind wir Gesegnete und ja, es wird uns gelingen und ja, dann wird es auch uns materiell gut gehen. Aber das ist nicht immer so. Es ist kein Automatismus, es ist keine Maschine, die du so betätigen kannst. Und Jesus zeigt uns auf in der Bergpredigt, sagt er uns, sammelt nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt Schätze im Himmel. Das Schätze sammeln auf der Erde, das ist vergänglich. Motte und Rost fressen es auf und die Diebe graben durch und stehlen es. Es wird irgendwann weg sein, du kannst es nicht festhalten, vergiss es. Sammle dir keine Schätze auf der Erde, das macht dir nur Probleme. Aber sammle dir Schätze im Himmel. Und das ist das, wie dieser Vers geistlich gemeint ist. Wenn du die Weisheit und die Erkenntnis Gottes suchst, wenn du von ihm lernst, wenn du sein Wort aufsaugst, seine Weisheit aufsaugst in dich, dann hat das Folgen. Und zwar, es werden sich Schätze sammeln in deinen Kammern. Aber wo? Im Himmel. Weisheit und Verstand und Erkenntnis. Ja, er sagt ja am Anfang, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Ich muss dann auch wieder an die Bergpredigt denken, wo Jesus sagt, das ist ein weiser Baumeister, der sein Haus auf ein gutes Fundament baut. Derjenige ist ein dummer Baumeister, der sein Haus einfach so auf die Erde baut. Denn wenn dann der große Tag kommt, wo ein riesiger Sturm losbricht, wo die Wassermassen vom Himmel kommen, und wir haben das jetzt, ich weiß nicht, jetzt war gerade in Japan wieder so ein Erdrutsch, und ja, wir haben es auch hier, oder? Also teilweise geht es schon ganz schön ab, was die Wetterphänomene angeht. Und wir können uns das vorstellen, was Jesus meint. Wenn so etwas passiert, dann entscheidet sich, ob dein Haus gut gebaut ist, auf einem Fundament gebaut ist, oder ob es einfach nur so auf die Erde gebaut ist. Und das gut gebaute Haus, es bricht nicht zusammen, wenn dieser heftige Tag kommt, wenn diese Katastrophe kommt. Es bleibt stehen. Das andere Haus wird niedergerissen, es wird zusammenbrechen. Und wie legt Jesus das aus? Er sagt, es geht hier nicht um die richtige Art des Häuserbauens, sondern das Haus steht für unser Leben. Worauf baust du dein Leben auf? Und Jesus sagt, der ist ein kluger Baumeister, der meine Worte hört und sie tut. Der meine Worte hört und danach lebt. Das ist ein kluger Baumeister. Das ist wirkliche Weisheit. Das Wort Gottes hören und umsetzen in die Tat. Der aber ist ein dummer Baumeister, der das Wort Gottes hört und nicht danach lebt. Vers 5, ein weiser Mann ist mehr als ein starker und ein Mann von Erkenntnis ist besser als ein kraftvoller. Denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Wenn es nur um Stärke und Kraft ginge, dann würde es reichen, möglichst viele junge Männer irgendwie zusammenzuziehen und möglichst viel Manpower und vielleicht auch technische Power zusammenzukriegen und dann wirst du einen siegreichen Krieg führen. Aber alle Staaten dieser Welt, alle Kriegsführer legen sehr viel Wert darauf, kluge Männer haben, die eine kluge Strategie entwickeln können. Das ist der Hintergrund, der oberflächliche, der Wortsinn sozusagen dieser Verse. Alleine die Kraft, alleine die Power reicht nicht, sondern es kommt auch auf etwas anderes an. Du musst es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Du brauchst Weisheit, du brauchst Verstand, du brauchst Rat. Und dann kannst du sogar, und das ist in der Geschichte ja vielfach geschehen, dass ein Kräfteverhältnis, da gab es den Stärkeren und den Schwächeren. Und wir sagen immer, uns fällt immer ein, wir sprechen davon auch, sei es im Sport oder auch in allen anderen Zusammenhängen. Was sagen wir dann immer? David gegen Goliath, oder? Das ist so das typische Beispiel. Und Goliath ist genau dieser, der Ausdruck dieses Wortes hier, der starke Mann. Er ist der starke Mann, der große Mann. Er ist der erfahrene Krieger. Er kann, er hat die richtigen Waffen. Er hat eine mächtige Rüstung an. David aber, er ist ein Hirtenjunge. Und als er versucht, eine Waffenrüstung anzuziehen, die eigentlich dem Krieg angemessen ist, Saul, der König von Israel, stellt ihm seine Waffenrüstung zur Verfügung. Er zieht die an und er kann da noch nicht mal mit laufen, geschweige denn kämpfen. Deswegen hat er die Waffenrüstung lieber gleich ausgezogen, weil das ist nicht mein Ding, sagt er. Er war nicht so groß, er war nicht so stark. Er war nicht kampferprobt im Krieg der Menschen. Ja, er hatte seine Kampfeserfahrungen. Aber das waren ganz andere, die waren ganz anderer Natur. Und dann hatte er nur, ja das war dann seine Waffe, die Hirtentasche mit den Steinen. Und dann schleudert er seinen Stein. Goliath kam und er sah David auf sich zukommen und lachte. Was bist du denn für ein Hund? Soll ich dich hier einmal zerquetschen oder was? Und David zeigt, und hier geht es um die Weisheit Gottes, es geht hier nicht einfach nur um menschlichen Rat, um menschliche Weisheit, um Strategie, sondern es geht um mehr, es geht um die Weisheit Gottes. Und die Weisheit und Erkenntnis Gottes, die hatte David. Dann ist es besser, als ein kraftvoller und starker Mann zu sein. Besser ein weiser Mann und ein Mann von Erkenntnis. Welche Erkenntnis hatte er? Ja, du bist ein starker Mann und du hast starke Waffen. Da kann ich nichts gegen machen. Aber ich komme im Namen des Herrn. Ich komme und mit mir ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der mächtige Gott. Er ist stärker, er ist größer als du. Du kannst gegen ihn überhaupt nicht gewinnen. Und diese Erkenntnis, diese Weisheit, die hat ihn dazu gebracht, mutig in diesen Kampf hineinzugehen. Und sie hat ihn gewinnen lassen. Hier steht, mit weiser Überlegung oder mit kluger Lenkung führst du deinen Krieg. Und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Manchen fällt vielleicht der deutsche Spruch ein, der das Gegenteil behauptet. Viele Köche verderben den Brei. Und ja, wenn du viele Menschen fragst, dann wirst du viele Antworten kriegen. Und wirst am Ende vielleicht verwirrt sein, wenn du irgendeine Frage hast oder irgendeine Herausforderung, irgendeinen Kampf, in den du ziehst. Irgendeine schwierige Situation, wo du Weisheit brauchst. Dann fragst du viele Leute und kriegst so viele verschiedene Antworten, dass du hinterher völlig durcheinander bist. Das ist nicht, was Gott hier meint. Er meint aber, wenn du ohne Rat einfach drauf loslegst, wirst du mit Sicherheit vor die Wand laufen. Und so laufen viele Menschen vor die Wand, weil sie denken, kann ich alleine. Ich brauche keinen Rat. Ich weiß selber Bescheid. Ich weiß, wie es geht. Aber Gott legt es uns nahe. Suche dir Rat. Suche dir guten Rat in den Entscheidungen, die du triffst. In den Wegen, die du gehst. Suche guten Rat. Und es fängt erst mal damit an, dass wir den suchen, bei dem wir wirklich guten Rat finden, der alle Weisheit hat. Und er hat uns Rat gegeben durch viele Ratgeber. Wie viele Leute haben hier dran geschrieben? Zig Leute. Mindestens. Und durch diese Menschen hat Gott uns Rat gegeben, hat uns Weisheit vermittelt. Du kannst das hier zur Rate ziehen. Nimm das. Frag danach, nach der Weisheit Gottes, in dem, was er durch Propheten und die Apostel uns weitergegeben hat. Aber du kannst auch diejenigen fragen, die weise sind, wo du etwas von Jesus schon siehst, wo du von Jesus etwas erkennst in ihrem Leben, die gewachsen sind, die gereift sind, die die Weisheit Gottes aufgenommen haben und sie widerspiegeln. Du siehst es an ihrem Leben. Es gibt Geschwister unter uns, die schon lange mit Jesus gehen und die schon eine ganze Menge an Weisheit gewonnen haben. Die sie empfangen haben von Jesus. Gott hat den Leib ja gegeben, damit wir einander lieben, damit wir einander Gutes tun, damit wir einander helfen. Auch in diesen Fragen des Ratgebens. Suche deinen Rat jetzt nicht irgendwo und überall, sondern, aber frage deine großen Geschwister. Frage die, die schon lange mit dem Herrn gehen. Frag sie um Rat. Geh hin. Und dann hörst du vielleicht etwas, was nicht nach deiner Mütze ist. Wisst ihr, manche Leute, die suchen vielleicht mal einen Ratgeber, aber nur von dem, von dem sie wissen, der wird genau das mir sagen, was ich hören will. Zu dem gehen sie hin. Zu dem anderen, wo sie wissen, ja, der könnte mir auch raten, der ist auch ein weiser Mann oder das ist auch eine weise Frau, aber nee, zu dem gehe ich lieber nicht. Ich weiß schon, was der mir sagen wird. Und da erweisen wir uns als wirklich dumm und töricht, weil eigentlich wissen wir nämlich selber schon, was richtig ist, wollen es aber nicht hören. Und verfestigen uns dann immer noch in unserer Dummheit darin, dass wir dann den dummen Rat suchen, den wir gerne hätten. Nein, ein wirklich weise ist es, Ratgeber zu suchen und auf sie zu hören, auch wenn sie dir was sagen, was dir nicht gefällt. Und dann gehst du vielleicht zu dem einen und fragst ihm einen Rat, deinen Vater, deine Mutter, leiblich oder geistlich. Und dann kriegst du einen Rat und dann frag doch auch nochmal jemand anders, kannst ruhig machen, einen anderen weisen. Und weißt du was, du wirst erstaunt sein, der Geist Gottes widerspricht sich nicht. Du kriegst dann auch aus dem Mund des anderen genau diese Antwort und du denkst so, hm, der das sagt und der sagt das und der sagt das auch noch. Und wisst ihr was, diese Leute, die weise sind, sie werden dich immer auch auf das Wort Gottes verweisen. Sie werden immer sagen, hey, ja, du hast recht, aber guck mal, Gott sagt doch. Und dann zitieren sie die Bibel und es stimmt alles überein. Und dann stehst du davor und dann solltest du sagen, ja, das ist gut, ich glaube, das ist der richtige Weg, das ist die weise Antwort, das ist der richtige Rat. Und dadurch wirst du aber auch bestärkt, Geschwister, wir werden dadurch bestärkt, dass wir merken, der Geist Gottes spricht auch durch unsere Geschwister, ermutigt uns, in diese richtige Richtung zu gehen und das stärkt dich darin und du bekommst ja regelrecht Rettung, Hilfe durch viele Ratgeber. Wir lesen weiter, Vers 7. Der Narr, das ist derjenige, der den ersten Schritt zur Weisheit nicht macht. Was ist der erste Schritt in die Weisheit, was sagt Salomo, was ist der Anfang der Weisheit? Die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott. Gott anzuerkennen ist der erste Schritt, zu sagen, es gibt diesen Gott, der größer ist, der höher ist, der mehr weiß. Und ihn muss ich suchen, wenn ich wirkliche Weisheit lernen möchte. Wer das nicht tut, der ist ein Narr, so sagen es die Sprüche. Und für den ist die Weisheit unerreichbar. Vers 8. Wer darauf Sinn Böses zu tun, den nennt man einen Ränkeschmied oder einen Meister der Intrige. Die bösen Pläne oder die Ränke des Narren sind Sünde und ein Gräuel für die Menschen ist der Spötter. Jetzt springen wir einmal zu Vers 13. Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Wabenhonig ist deinem Gaumen süß. Das hätte ich nicht erwartet, dass das Wort Gottes mich auffordert, Honig zu essen. Wisst ihr, Gott gönnt uns was. Er hat tatsächlich Dinge geschenkt, die süß schmecken. Wir sind natürlich wieder voll extrem. Wenn du in den Laden gehst, dann findest du eine riesen Palette an Süßigkeiten. Und wenn du das alles kaufst und alles isst, dann ist es nicht gut für dich. Das meint Salomo nicht. Honig war durchaus und ist auch heute noch ziemlich teuer. Und das heißt, das gibt es nicht so viel. Aber wenn du Honig hast, dann isst es, das ist lecker, das ist süß, das schmeckt dir. Ja, genieße es. Aber wisst ihr, der Spruch geht noch weiter. Hört da nicht auf. Das eine ist, das Süße zu genießen, was Gott gegeben hat. Das andere ist, ebenso suche die Weisheit für deine Seele. So wie du ein Jipp hast nach Süßigkeiten, so solltest du in deiner Seele ein Jipp haben nach der Weisheit Gottes. Oh Gott, ich möchte mehr von deiner Weisheit lernen. Dein Wort ist süßer als Honig. Ebenso suche die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Durch die Weisheit erschließt sich uns unsere Zukunft, unsere Hoffnung, die wir haben. Was haben wir denn für eine Hoffnung? Was hoffst du denn für dieses Jahr, für die kommenden Jahre? Hast du eine Hoffnung? Hast du eine Zukunft? Wenn du in der Weisheit Gottes erkennst, was Gott für dich vorbereitet hat, was Gott dir geschenkt hat und was er dir schenken möchte in der Zukunft, dann geht dir das Herz auf. Gott hat dich erwählt, dass du sein Kind bist. Gott hat dich erwählt, dass du Leben hast und Leben im Überfluss. Jetzt und hier und dann in Ewigkeit. Gott hat dich dazu erwählt, dass du den Tod überwindest und für ewig lebst. Dass du in Ewigkeit seine Liebe genießt, seine Gemeinschaft. Dass du in Ewigkeit dich erfreust an all dem Guten, was Gott getan hat und was Gott tut. Wenn du dich von dieser Weisheit erfüllen lässt, dann hast du Hoffnung, dann hast du Zukunft. Wenn du dich aber den Dingen dieser Welt zuwendest, dann hast du nur eine vergängliche Hoffnung. Ja, ich hoffe auf den Urlaub jetzt, diesen Sommer. Ja, vielleicht hast du einen schönen Urlaub und hast eine schöne Zeit und dann ist es wieder vorbei. Ja, war doch so. Letztes Jahr, irgendwer hat vielleicht einen schönen Urlaub gehabt. Ich habe einen schönen Urlaub gehabt. Das ist schon wieder lange vorbei. Ja, ich habe noch schöne Erinnerungen daran. Das ist das Einzige, was ich davon noch habe. Aber sonst, weg ist es. Aber Gott hat eine ewige Hoffnung, eine ewige Zukunft für uns und seine Weisheit erschließt uns das. Durch sein Wort erkennen wir, begreifen wir das. Durch seinen Geist eröffnet er uns das. Und wir haben Zukunft und Hoffnung. Deswegen suche mit deiner Seele danach, nach dieser Weisheit, nach dieser Erkenntnis. So wie du für deinen Gaumen Honig suchst. Wir springen wieder zurück zu Vers 10. Zeigst du dich lässig am Tag der Not, gerät auch deine Kraft in Not. Was bedeutet dieser Vers? Zeigst du dich lässig. Man kann auch sagen, bist du mutlos am Tag der Not. Resignierst du am Tag der Not. Gerät auch deine Kraft in Not. Derjenige, der resigniert an dem bösen Tag, an dem schweren Tag, an dem Tag, wo plötzlich etwas über ihn kommt. Der keine Hoffnung hat, der keinen Glauben hat. Über diesen kommt ein solcher Tag und er hat keine Hoffnung, er resigniert. Und was ist die Folge davon? Ja, dass sogar deine körperliche Kraft völlig versagt. Versagt. Menschen sind wie gelähmt. Sie können nichts mehr tun. Aber was bewegt eine Menschen? Was bewirkt in einem Menschen Kraft? Der Glaube. Der Glaube in einem Menschen bringt ihn dazu, aufzustehen und etwas zu tun am Tag der Not. So sagt es uns Jesaja 40. Vers 28. Vers 28. Vers 29. Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen wie Goliath. Die Kraft macht es nicht. Dass du jung bist und noch keine körperlichen Probleme hast, hindert dich nicht daran, dass wenn ein böser Tag über dich kommt, du völlig schwach und unfähig bist, dich nicht mehr bewegen kannst, nichts mehr tun kannst. Warum? Weil du in dir keine Kraft hast, weil du keinen Mut hast, weil du keine Hoffnung hast, weil du kein Glauben in dir hast. Aber die auf den Herrn hoffen, die auf ihn harren, die auf ihn warten, das heißt, das ist nicht nur ein Moment, sondern das ist ein dauerhaftes sich ausstrecken nach Gott, auf Gott ausgerichtet sein. Ich weiß, mein Erlöser lebt, so hat Hiob das gesagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So hat er geharrt, so hat er gehofft, so hat er gewartet auf Gott. Und er ist nicht enttäuscht worden. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Dieses Vertrauen ist es, das uns trägt an diesem bösen Tag, an dem Tag der Not. Dieser Mut, diese Hoffnung, dieser Glaube, wenn dieser böse Tag über uns kommt. Zu sagen, ja es ist schlimm, es ist furchtbar, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich weiß Gott, du weißt, wie es geht. Und du hast einen Weg und du hast einen Plan. Warum hat Gott das alles aufschreiben lassen? Diese ganzen Berichte und diese Geschichten auch, wo das Volk Israel an das Meer herangedrückt wurde. Sie sind aus Ägypten herausgegangen und sind ans Meer gekommen. Dann kam der Pharao mit seinem ganzen Heer. Sie haben alle geschrien. Was hat Mose gesagt? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch er war nicht frei von Zweifeln und Ängsten und Sorgen. Aber was hat er im Glauben gesagt? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und was hat Gott gemacht? Gott hat tatsächlich einen Weg durch das Meer gebahnt, sodass sie dorthin durchziehen konnten. Vorher haben sie es nicht gesehen. Sie wussten nicht, dass es da eine Straße gibt. Da war nur Wasser. Aber Gott wusste es. Und Mose wusste es auch. Und deswegen hat er gesagt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und das ist der Weg, wie wir überwinden in solch einer Situation. Dann wird uns die Kraft nicht entgleiten. Sondern wir werden Kraft empfangen von Gott. In großer Schwachheit. In großer Not. Wir wissen selber nicht, wir haben keine Ahnung, wie wir dieser Not begegnen sollen. Aber er weiß es. Er ist der ewige Gott. Er ermüdet nie. Er ist nie erschöpft. Er ist unergründlich. Er ist seine Einsicht. Wenn wir das glauben, wenn wir das verinnerlichen, dann wird der Tag kommen und wir werden aufschauen zu meinen Herren und sagen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber du weißt es. Ich vertraue dir. Und dadurch schöpfen wir Kraft, weiterzugehen. Dadurch schöpfen wir Kraft, in der Not stehen zu bleiben und nicht zu resignieren und aufzugeben und in uns zusammenzufallen. Paulus hat das so gesagt in Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also in die Muckibude zu gehen, hat nicht so viel Sinn. Ja, du kannst das machen. Es ist jetzt nicht verboten. Du kannst ruhig deine Muskeln trainieren. Okay. Aber wenn du nur das machst, wirst du am bösen Tag, wovon Paulus hier auch spricht, du wirst eine große Niederlage erleiden. Wenn du dein Vertrauen auf deine Kraft setzt oder auf deinen Verstand oder auf deine Fähigkeiten und Begabungen, du wirst eine große Niederlage erleiden. Aber wenn du dich stärkst im Herrn, wenn du dir vor Augen führst, wer ist Gott und wer ist er für mich, dann wirst du stehen bleiben. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung. Werdet stark im Herrn. Deswegen, mach dich, trainiere dein Vertrauen auf den Herrn tagtäglich. Das ist das, was David gemacht hat. Im Vertrauen auf den Herrn hat er seine Kämpfe gekämpft als Hirtenjunge. Gegen den Bären, gegen den Löwen. Tagtäglich in dem Lebensbereich, in dem er gelebt hat, in dem du und ich leben. In diesen Lebensbereichen haben wir unsere Kämpfe und darin sollen wir stark werden, dass wir in allen Dingen Gott vertrauen. Dass wir in allen Dingen uns ihm zuwenden und die Hilfe und die Rettung von ihm erwarten. Und dann sagt er in Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag wieder stehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das möchte Gott, dass wir nicht am Tag der Not in uns zusammensacken und resignieren und aufgeben, sondern dass wir stehen können. Dass wir Widerstand leisten können. Dazu gibt er uns eine Waffenrüstung. Und du kannst das mal in Ruhe lesen, zu Hause jetzt in der Woche vielleicht mal wieder, wenn du es lange nicht mehr gelesen hast, dir darüber Gedanken machen. Ich will hier nur eins rausgreifen aus der Waffenrüstung. Er spricht von dem Schild des Glaubens, des Vertrauens in Gott, mit dem du alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kannst. Wenn diese feurigen Pfeile kommen, die dich erniedrigen wollen, die dich fertig machen wollen, die dir Angst machen wollen, die dich in Sorge bringen wollen, die dich zum Aufgeben bringen wollen. Mit dem Schild des Glaubens kannst du sie auslöschen. Ja, ich bin schwach. Ja, ich weiß, ich habe versagt. Aber mein Gott ist größer. Mein Gott, er liebt mich. Er steht zu mir. Er hat gesagt, ich bin für dich und wenn ich für dich bin, wer kann dann gegen dich sein? Er hat meine ganze Schuld getragen. Er hat mir vergeben und darum ist mir vergeben. Und er hat eine Lösung. Er hat einen Weg durch das Meer gebahnt. Er wird auch für mich einen Weg durch das Meer bahnen. Mit diesem Schild des Glaubens können wir die feurigen Pfeile auslöschen. Deswegen müssen wir ihn zur Hand nehmen, tagtäglich. Und vielleicht hast du heute nicht solch heftige Kämpfe. Vielleicht fliegt heute kein feuriger Pfeil auf dich. Aber es ist gut, den Schild zur Hand zu haben, denn du weißt nicht, wann der Pfeil kommt aus dem Dickicht. Es ist gut, immer diesen Schild zu tragen, zu haben. Nicht auf sich selbst zu vertrauen, auf die eigene Kraft, auf die eigene Stärke, auf die eigenen Pläne, auf die eigene Weisheit, auf die eigenen Fähigkeiten, auf meine Redegewandtheit, auf meine Power, auf meine Begabungen, auf meine Mittel. Sondern auf meinen Herrn zu vertrauen. Das macht uns stark. Zurück zu den Sprüchen. 24 Vers 11 Rette die, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung oder zur Hinrichtung hinwanken. Halte sie doch zurück. Wenn du sagst, siehe, wir wussten nichts davon, ist es nicht so, der die Herzen prüft, er merkt es und der auf deine Seele Acht hat, er weiß es, er vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Rette die, die zum Tode geschleppt werden. Wisst ihr, wir alle sind des Todes. Wir alle gehen auf den Tod zu. Keiner von uns kann sich da ausnehmen. Ich weiß nicht, wie viel du schon über deinen eigenen Tod nachgedacht hast. Wir alle gehen zu diesem Tag. Wir alle gehen auf diesen Tag zu. Keiner wird diesem Tag entgehen. Aber wisst ihr, hier sagt der Vater zum Sohn. Gott, der Vater sagt zu seinem Sohn. Rette die, die zum Tode gehen. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat es getan. Er ist Mensch geworden, hat unsere Schuld auf sich genommen. Er ist selber in den Tod gegangen, für uns, damit wir Leben haben, damit wir ewiges Leben haben, damit wir, wenn wir in den Tod hineingehen, für uns ist der Tod nur ein Schlaf. Wir gehen, wir schlafen ein und wachen auf in der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat uns gerettet vor dem Verderben. Und jetzt sagt Gott zu uns hier, seinen Kindern. Rette du die, die zum Tode hingehen. Und viele Menschen sind auf dem Weg in den Tod. Menschen, die krank sind. Sterbenskrank. Menschen, die verletzt sind. Menschen, die verletzt wurden und vielleicht im Begriff sind zu sterben, was musst du machen? Natürlich, den Notarzt rufen. Sollten wir alle machen, oder? Viele Menschen machen es nicht. Menschen, die so depressiv, so down sind in ihrer Seele, so krank und niedergedrückt in ihrer Seele, dass sie sich selbst das Leben nehmen wollen. Geschwister, wir sollen das Leben retten. Wir sollen die Menschen nicht dazu ermutigen und ihnen vielleicht sogar dabei helfen, sich das Leben zu nehmen. Das ist furchtbar. Mehr und mehr kommt das dazu. Jetzt ist, glaube ich, zuletzt in Spanien das Gesetz so geändert worden, dass Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, dass sie Unterstützung da bekommen sollen, auch ärztlich, dass sie tatsächlich sterben. Und natürlich gibt es Menschen, die in furchtbaren Lebenssituationen leben, wo sie so down sind, dass sie nur noch sterben wollen. Aber genau das, was wir gerade gesagt haben, gilt nicht nur für uns, sondern auch für andere Menschen. Die Hoffnung, der Glaube, die hilft uns, in den schlimmsten Lebenssituationen nicht zu verzagen, nicht aufzugeben. Wie Hiob. Hiob ging es so furchtbar. Und doch hat ihn der Glaube dahin gebracht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und hat ihn am Leben erhalten. Gott hat ihn getragen. Gott war seine Hoffnung und Gott hat ihn getragen hindurch, durch dieses schwere Leiden. Und so sollen wir Menschen retten, nicht dazu, ihn sozusagen beim Sterben. Ja, das ist einfach, wisst ihr. Ein Menschen, der depressiv ist und sich das Leben nehmen will, ja, dann gibst du ihm das Mittel und dann stirbt er und fertig. Und alle sind glücklich. Aber jemanden zu begleiten, ihn immer wieder zu ermutigen, ihn immer wieder aufzurichten, ihm immer wieder beizustehen, seine Klagen anzuhören, sein negatives Denken und immer wieder dabei zu sein, ihm beizustehen, an seiner Seite zu sein, ihm Mut zuzusprechen. Ja, das ist schwer. Aber Gott möchte das, dass wir so lieben. Weil er der Gott des Lebens ist. Er möchte, dass wir leben und dass wir Leben im Überfluss haben. Und das haben wir dadurch, dass wir das, was wir empfangen haben an Glaube und Hoffnung, dass wir es teilen, dass wir es weitergeben. Es gibt noch so viele andere Dinge, wo wir das sehen. Wisst ihr, es werden so viele Menschen in Deutschland getötet, jedes Jahr 100.000 im Mutterleib. Hier geht es auch darum, zu retten, Leben zu retten. Wie? Dadurch, dass wir jungen Müttern, jungen Frauen, die schwanger geworden sind oder Frauen, die schwanger geworden sind, die keine Hoffnung für das Leben haben, die keine Perspektive haben. Dass wir ihnen Hoffnung und Mut machen, wenn es irgendwen in deinem Umfeld gibt. Ermutigen, stärken, segnen, Beistand leisten, ganz praktisch auch, finanzielle Unterstützung. Wie auch immer. Gott möchte nicht, dass Menschen zum Tode gebracht werden, auch die Kleinen nicht im Mutterleib, sondern er möchte, dass die Menschen Leben und Leben haben. Und wodurch wird das Leben dann am Ende wieder gut? Durch die Liebe, oder? Also das, was Gott uns gegeben hat, die Liebe sollen wir in reichlichem Maße ausstreuen in diese Welt, sondern sie hinausbringen in diese Welt. Dadurch gewinnen die Menschen Hoffnung zum Leben. Dadurch werden Menschen vom Tod gerettet, vom physischen Tod. Aber hier geht es noch um mehr. Hier geht es um den geistlichen Tod. Geschwister, so viele Menschen, die hier draußen dem ewigen Verdammnis entgegenwanken. Und Gott sagt, rette sie. Und du sagst und ich sage, ja, ich kann das nicht. Ich bin doch nicht Jesus. Aber wisst ihr, Gott hat uns Jesus gegeben. Jesus lebt in uns. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Retter empfangen in dir. Der Heilige Geist, der lebendig macht das Wort, das Evangelium, diese schlichte, einfache Botschaft. Gott lebt. Er ist unser Schöpfer. Er liebt uns. Er liebt dich. Er sieht all die bösen Taten, die du getan hast. Aber er nimmt das, er hat das weggenommen. Er hat es auf seinen Sohn gelegt. Der ist Mensch geworden und hat deine Sünde getragen, damit du Leben hast und damit du ihn kennenlernst, damit du seine Liebe empfängst. Und dass du ewig lebst, dass der Tod nicht die Endstation ist und das Gericht, sondern dass du Frieden mit Gott hast und ewiges Leben. Wenige Worte, wenige Sätze. Aber das ist die Botschaft des Heils. Und Paulus hat gesagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, durch die gerettet werden alle, die daran glauben. Aber ohne Verkündigung gibt es kein Glauben. Also das Wort muss raus. Und so kommt es zu den Menschen. Und Menschen werden vom Tod gerettet, von der ewigen Verdammnis gerettet. Und auch durch deinen Einsatz. Durch meinen Einsatz. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Und mehr braucht es nicht. Du musst keinen Plan machen. Du musst keine Strategie entwickeln. Du musst jetzt hier nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben und denken so, ah, ich kann das nicht und ich will das nicht oder so. Also, vertraue einfach Jesus. Jesus macht das. Wenn Jesus in deinem Leben ist und du ihn ernst nimmst und ihm nachfolgst und einfach schlicht und einfach betest, Herr, bitte gebrauche mich auch dazu, dass ich Menschen rette, dass ich mithelfe dabei, dass Menschen gerettet werden. Jesus wird das machen. Jesus macht das. Aber lass uns uns zur Verfügung stellen. Wenn Gott hier so ringt mit uns und sagt, bitte mach das, rette die, die zum Tode geschleppt werden. Und die zur Schlachtung hinwanken, halte sie doch zurück. Dann sollte uns das aufrütteln. Und er sagt, Ausreden zählen nicht. Wenn du sagst, siehe, wir wussten nichts davon, die Ausrede zählt nichts. Ist es nicht so, der die Herzen prüft, er merkt es und der auf deine Seele achtet, er weiß es. Er vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Wisst ihr, es hat viele Menschen gegeben, die vor 80 Jahren in Deutschland sich ein Herz genommen haben und Juden bei sich versteckt haben. Arme und Reiche. Sie haben gesehen, diese Menschen werden hier dem Tod überliefert. Aber viele sagen, wir wussten nichts. Aber Gott weiß es. Gott kennt die Herzen. Und Gott wird Richter sein darüber. Es waren leider viel zu wenig Menschen, die das gemacht haben. Die diesen Mut hatten. Diese Zivilcourage. Ich fand es interessant im Zusammenhang mit dem... Jetzt ist mein Handy abgestürzt. Jetzt ist meine Informationsquelle weg. Muss ich es aus dem Kopf machen. Ich fand es interessant. Ich habe so einen kurzen Artikel gelesen im Zusammenhang mit... Ja, es ging auch um Zivilcourage mit diesem furchtbaren Ereignis jetzt hier in Würzburg. Und wo Menschen tatsächlich auch Zivilcourage gezeigt haben und sich diesem Messerstecher entgegengestellt haben. Und es wurde viel diskutiert darüber, ob das überhaupt sinnvoll war, ob das nicht sinnvoller ist, möglichst schnell die Biege zu machen. Aber es haben eine Menge Leute zusammengekommen und haben diesen Mann aufgehalten, sodass die Polizei ihn festnehmen konnte. Und in dem Zusammenhang war da so ein Artikel beim WDR und da sprach jemand darüber, der in diesem Bereich forscht zum Thema Zivilcourage. Und er sagt, es gibt irgendwie so vier Punkte, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aus dem Kopf zusammenkriege, warum Menschen dann tatsächlich Zivilcourage üben. Und das Erste, fand ich sehr interessant, das Erste, was er sagte, war, das sind Leute, die hinsehen. Also es gibt viele Menschen, die gar nichts sehen. Die gehen durch die Stadt so. Dann kannst du auch nicht sehen, was links und rechts ist. Guckst auf dein Handy und siehst nichts. Oder hast auch noch die Knöpfe in den Ohren. Auch das noch. Ja, natürlich ist das so schön, die eigene Musik, mit der eigenen Musik durchs Leben zu gehen, die du dir selbst zusammengestellt hast. Feel good. Und dann hast du deine Musik und du guckst dir das an, was du möchtest. Und die ganze Welt um dich herum, die nervt dich nicht und stört dich nicht. Aber dann kriegst du nichts mit. Du kriegst nicht mit, ob da jemand in Not gerät. Ob da jemand deine Hilfe braucht. Ich fand das interessant, was der Walter Konzert hier das Zeugnis, was er gegeben hat. Als er in der Bahn war und diese Frau am Telefonieren war und irgendwie da ihr Leid geklagt hat. Oh, der ging so schlecht. Und der Walter hört das, weil er nicht die Knöpfe im Ohr hat. Und er redet mit Gott darüber. Und sagt, Herr, guck mal, wie schlecht der Frau. Das ist ja furchtbar, die arme Frau. Da geht es ja echt schlecht. Also er redet mit Jesus darüber. Und Jesus antwortet ihm und sagt ihm, hey, geh mal zu ihr hin. Du hast doch eine Hoffnung. Du hast doch eine Zuversicht. Du kannst dir doch was weitergeben. Das hat er dann gemacht. Widerstrebend, ängstlich. Hat er ja hier berichtet, wie sehr er sich in die Hose gemacht hat und keinen Bock hatte und was weiß ich. Aber das macht einen Unterschied. Unterschied, wenn wir hören, wenn wir sehen die Menschen um uns herum, wenn wir sie wahrnehmen, wenn wir mit Gott ins Gespräch kommen über sie, wenn wir sie segnen, wenn wir für sie beten oder ob sie einfach nur lebendige Tapete sind in unserem Leben. Ich kriege, wie gesagt, diese vier Sachen nicht mehr zusammen. Aber ein ganz wichtiger anderer Punkt war, meistens ist es so, wenn irgendetwas passiert und Zivilcourage gefragt ist, dass da ja auch noch andere Leute stehen. Und man oft diesen Gedanken hat, ja, die anderen könnten doch jetzt auch was machen. Wieso ich? Die anderen können das doch auch machen. Und wenn das alle denken, macht keiner das. Also das heißt, sich persönlich gerufen sehen auch und dann handeln. Nicht zu sehen, nicht nach links und rechts zu sehen, okay, die könnten doch jetzt auch, die könnten jetzt auch. Nein, ich bin gefordert. Hier spricht Gott mit mir, rettet die, die zum Tode geschleppt werden. Gott redet nicht mit euch, sondern mit mir. Mach das. Du hast keine Ausrede. Ich bin gefordert. Und das ist das, was Jesus in der Geschichte vom barmherzigen Samariter uns so deutlich vor Augen geführt hat. Der Mann liegt da sterbend auf der Straße. Wisst ihr, wenn der Samariter sein Handy und seine Ohrstöpsel drin gehabt hätte, der hätte das nicht mitgekriegt, dass da einer am Verrecken ist. Er hat es aber mitgekriegt. Und er hat es nicht nur mitgekriegt, sondern er hat die persönliche Aufforderung empfangen. Du musst hier was tun. Du musst diesen Menschen hier retten. Und das Letzte, was sie dann sagten, ist, ja, kompetent sein. Wenn ich mich kompetent fühle und daran mangelt es oft, ich denke, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber Geschwister, wenn es um Notsituationen geht, es gibt zwei Nummern, die du bestimmt schon im Kindergarten gelernt hast. Von deinen Eltern oder in der Schule. 1-1 Osterei. Polizei. Kannst du immer wählen. Auf jedem Handy. Notruf geht immer. Selbst wenn du keine SIM-Karte hast, glaube ich. Geht das so wahr, oder? Du kannst immer die Polizei anrufen. Und dann ist natürlich wichtig, dass du weißt, okay, was musst du sagen? Du musst deinen Namen sagen. Du musst sagen, wo du bist. Das ist ganz wichtig, damit die wissen, wo die hin müssen. Und du musst irgendwie ein bisschen erzählen, was da gerade passiert. So, ne? Ich weiß nicht, habe ich noch was vergessen? Ja, ja, genau. Die stellen ja auch die Fragen. Einfach antworten. Aber das sind so die wichtigen Punkte. Aber du kannst da gar nicht viel falsch machen. Das ist so wichtig, dass wir diese einfachen Dinge. Oder Krankenwagen. 1-1-2. Wenn irgendwer zu Schaden gekommen ist, kann auch die Krankenwagen. Die werden dann auch die Polizei informieren. Also die informieren sich auch gegenseitig. Aber das ist so einfach. Und wenn du gerne mehr helfen willst, dann kannst du ja einen Erste-Hilfe-Kurs mal machen wieder. Wenn du nicht schon jetzt gerade letztens einen gemacht hast. Kann man ja mal machen. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr helfen. Bei einer Unglückssituation. Was du aber auch machen kannst, wo es um geistlich drum geht. Versuch mal selber. Du brauchst gar kein Seminar. Ich habe jetzt ein Seminar gemacht, aber du brauchst kein Seminar machen. Du kannst das selber. Du kannst selber dich hinsetzen und mal in wenigen Worten aufschreiben, was ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Wenn ich jemandem das Evangelium erklären sollte, was würde ich dem denn sagen? Man kann miteinander ins Gespräch kommen, als Geschwister untereinander, kann sich darüber austauschen. Man kann sich gegenseitig ermutigen. Man kann miteinander im Hauskreis anfangen, für bestimmte Leute zu beten und dann vielleicht mal ein Treffen machen mit Leuten, die Jesus nicht kennen. Die Leute mal einladen. Diese Kompetenz, man braucht nicht viel, um ein Leben zu retten. Aber Gott hat uns so reich gemacht mit Liebe, mit Erkenntnis, mit Weisheit, mit allem, was wir brauchen. Und deswegen, lass uns mutig sein. Gott gibt uns seinen Geist, um uns zu helfen. In all unserer Schwachheit wird er einen Weg schenken. Nicht nur für uns in unserer Not, sondern auch, was die Not der Menschen um uns herum angeht, hat Gott einen Weg durch das Wasser, durch das Meer. Lass uns ihm da vertrauen. Amen.